Zwei. Dann lasse ich das jetzt erstmal offen. Ich habe keine andere Möglichkeit. So, und da kommt der Tag wieder. So. Alles klaro. Was machen wir denn jetzt hier? Ja. Ach ja, genau. Was machen wir hier? Ist doch klar. Erstmal kommen hier Fenster rein. Und zwar kommt natürlich hier etwas hin. Direkt über den Eingang. Da machen wir das sogar am besten so. So. Da kann ich alles beobachten. Ach ja. Traumhaft. Wie so ein Gedöns. Ihr seht schon, ich bin der Glaser vom Dienst. Aber ich finde Glas schön. Das macht das Ganze viel lebendiger. Oh, das passt nicht. So. Mann, da habe ich viel Glas, ne? So, da sieht das doch viel netter aus hier. Die ganze Geschichte, du. So. So. So, und dann haben wir noch hier natürlich Machen wir mal hier so ein Fenster hin. Wo habe ich das? Alles klar. Ja, genau da, wo das Ding steht. Stand. So. Haus ist fertig. Nein, natürlich nicht. Aber ich muss mir jetzt erst mal was zu essen besorgen. Und ein bisschen verfaultes Fleisch, damit die Töle aufhört, mich so blöd anzujammern. Komm mit. Ei, 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 ei. Na, das sieht aber jetzt nicht so prickelnd aus. Oh mein Gott. Hm, hm. Vielleicht, hm. Vielleicht wäre es umgekehrt besser gewesen. Tja. Na, komm, gehen wir mal. Komm, Töle, wir gehen mal schnell weg hier. Schnell, schnell, weg, weg. So was aber auch. Hm. Von unten sieht es ja ganz gut aus, ne? Könnt was draus werden, oder? Könnt sogar sehr gut was draus werden. Also von hier sieht es gar nicht so schlimm aus. Nur von oben. Von, äh, wenn man direkt davor steht. Hm, muss man gerade Pause machen. So, da bin ich wieder. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich mich ärgere darüber, dass ich mir am Anfang so ein Seed ausgesucht habe? So ohne nachzudenken. Mein Gott. Nein. Rotten Flesh. So. Ja, ist ja gut. Hier. So, guck mal, da ist alles wieder gut, ne? Töle. Drängstöle. Mushroom Stew. Ach, ich bin doch so ein Volltrottel. Jetzt habe ich... Na komm, jetzt, dann esse ich halt Melone. Von mir aus. Oh. Ich führte aber verdammt wenig auf, ne? Na komm. So. So, was wollte ich noch? Ach so, ja, ich brauche noch weiteres Holz, oder? Hm. Aber wisst ihr was? Ich beende die Aufnahme auch jetzt schon wieder. Dann werde ich nämlich den Rest dieses Häuschens so weiterbauen. Demnächst. Und bei der nächsten Aufnahme spielen wir in der Version 1.2 in einem neuen Biom. Wir werden diesem Biom, äh, diesem Seed hier, dieser Welt, nochmal einen kurzen Besuch abstatten. Und mit einem kräftigen Kanal werden wir uns verabschieden. Ja, und dann wird das die letzte Show-Welt. Und dann werde ich euch zwischendurch immer mal wieder auf dem Laufenden halten darüber, was hier geschieht. Okay. Seid ihr damit einverstanden? Dann beenden wir jetzt diese Welt vorerst. Und ich verspreche euch, die neue Welt wird richtig gut. Richtig gut. Ich überlege mir mal einfach im Voraus, was ich mir bauen, was ich bauen möchte. So ein bisschen zumindest. Und das kriegen wir schon hin. Dann sage ich auf jeden Fall jetzt schon mal, bis zum nächsten Mal, meine Lieben. Meine Lieben, oh mein Gott. Liebe Leute, meine ich. Tschüss.